Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weichen Runde von Fire Emblem Engage. Wir sind hier direkt bei Kapitel Nummer 10. Wir haben allerdings noch zwei Unterstützungsgespräche, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Eins hatten wir. Genau, das machen wir nochmal eben. I smell profit to be made. The name's Lady Anna. I'm a merchant who's just as good at cutting wood as cutting costs. Oh, uh, all right. It's a pleasure to meet you, Anna. Aw, you don't have to be so formal. Lady Anna is fine. Bottom line, Lapis, we should be in business together. Heh, I'm not sure I follow. Oh, there's nothing to it. You'll be in charge of supplying cute goods, and I'll drum up demand. Boom! We make a killing. I'm happy, you're happy, the customer's happy. Win, win, win. As labor, you'll get your share, of course. Come on, please. Aw, don't make a little girl cry. Let's slow down a bit here. What sort of things would you want me to make? Well, I'm from Wintertide Village, so something related to that would be nice. I see. So you'd want something that reminds people of your hometown. You're the ideas department. Once you have a product, I'll work my sales and marketing magic. Um, sure. Okay. What, you don't believe me? You think I can't close a sale just because I'm a little kid? I'll give you a guarantee. If I can't sell whatever you make, I'll give you one billion gold. It's a can't lose proposition. Alright. I'll try to think of something to make. Tja, also an Nahtbestände würde ich jetzt irgendwas herstellen, was Anna nicht verkaufen kann. Irgendwas, ein Haufen Scheiße. Also wenn ich Anna kenne, würde sie selbst das irgendwie unter die Leute bringen. Are you ready? Destinia Cathedral is our enemies home base. I suggest we stock up on supplies. Wir sind fertig. Danke für die Warnung, aber wir sind bereit. Okay. Kapitel 10 Der Mondrache Sommbrunn Oh, the snow's really coming down out there. Yeah. The cathedral always gets hit harder than anywhere else, huh? And Ivy's late. We've been waiting here for ages. What if she never comes? Maybe things went bad at Brodia Castle and she didn't survive. No way. Princess Ivy can handle herself. Thanks, Rosado. You're sweet. Ugh. Why is this happening anyway? Ever since Lord Sommbrunn was released, Father's been acting weird. He used to be so kind to me. But since they came into the picture, it's like I hardly exist. You mean the ones who showed up at Elugea Castle with Lord Sommbrunn? Yeah. That kid with the hood and the four weirdos who follow her around. Father probably only likes them because they brought him so many rings. I thought if I could get him some, he might praise me like he used to. Look how that turned out. I'm sorry, Hortensia. It's not your fault. What happened at the Grand Crossing? That was all me. I just... I don't have any clue what Father's up to. I don't know why he wants the rings or what this ritual's about. Wow. I'm totally in the dark. Hortensia. Pardon me for interrupting. Hey, Goldemary. King Hyacinth has asked you to join him at the altar. And he wants you to have this. An emblem ring? Whoa. The King gave you another one, huh? He said you should wear it and prepare yourself for battle. That must mean the divine dragon is coming. Good. I'll get some answers about what happened at Brodia Castle. Let's go, you two. Wow. Kommen sie da mit zwei Emblemen an, oder was? We've arrived. The Stenia Cathedral. Vale's directions really did help. Let's head inside. Quickly. Hold on a moment. What is it, Marth? I sense the fell dragon's presence. He's waiting for us, inside the cathedral. We're not ready to fight him. If the ritual has been completed, we should retreat. And even if it hasn't, I think we had best escape at the first sign of danger. You mean leave King Morian behind? I'm worried about all this. We shouldn't stay any longer than we have to. Whatever we do, we must avoid a direct encounter with the fell dragon. It'll be all right. Princess Ivy said that Sombron can hardly move, remember? Plus, we have half of the Emblem rings. Even if they had the rest, we'd be evenly matched. It is true that with the allies we've gained, we are formidable. But I urge you, as our leader, do not fall prey to overconfidence. Perhaps I am being too bold. Still, despite everything we're facing, I'm calm. I think it's because you're here, Marth. Me? With you and the other emblems supporting us, we're all feeling more courageous. I hope you'll always stay with us. We are not going anywhere. We will remain by your side until the end of this journey. Thank you. Wie auch immer die ausgehen wird. Wenn sie sich schon so reden, kann das ja keine gute Wendung nehmen. Is everyone ready? It's time to put a stop to this ritual. And bring King Mori home. I bid you welcome. Welcome to Destinia Cathedral. We're so happy to greet you, loathsome divine dragon. Spare us your lies. Alas, your presence indicates that Ivy lost her battle. A predictable outcome, of course. You don't appear to have taken her captive. I assume her body has been left for the birds. You mean my sister is dead? Where have you hidden, King Morian? All will be known in due time. Tell us now! Look, over there! There's someone beside the altar! Can it be? Diamonds, it's father, he's alive! Don't worry, father. We're here to save you! Also, Benny sieht ja nicht aus. Something's wrong. Father! He's been... It appears you were a few moments too late. As you can see, the ritual has been carried out. I ascend. You bastard! We have to leave at once. Call a retreat without delay. We can't! King Morian is beyond our aid. What do you mean? You would have us. Leave our own father behind? I cannot. I will not abandon him here. The only option is to fight Hyacinth. I won't flee after. After what he has done. Diamant. Oh, Chris. Gut, dann gehen wir eben ohne euch. Foolish, but I'm not a bit surprised. Hm. The doors. Yes. We're trapped within. This grand cathedral will serve as your grave. Thanks to your impetuousness, you brought the rings unto my very hand. Hyacinth, you... You're a monster. That's our father! You're going to pay for this. Here and now! So be it, Hyacinth. Now we fight! Mal sehen, wie können wir denn alles mitnehmen? Die übliche Truppe wieder. Verstehe, verstehe. Äh, was haben wir denn hier so schönes? Thron. Ich mag Thron. Sollten wir Yunaka vielleicht für mitnehmen? Und was hast du? Ach, hallo, Goldmurray. Was hast du denn? Ein Energietropfen. Ja, den nehm ich gerne. Oh, sie hat... Ist das nicht Beile, den sie da dabei hat? Dann hat sie... Göttlicher Puls. Eine missglückte Attacke kann sich in einen Treffer verwandeln. Chance in Prozent gleich 30. Also... Zu 30 Prozent. Mit höherem Glück erhöht sich die Chance. Respektabelle Wehrkraft. Gewährt der Einheit und benachtbarten Einsatz EP 1,2. Und Unterricht. Verleiht Verbündeten innerhalb von zwei Feldern einen Wertepodus, je nachdem Typ des Anwenders. Da war eine Runde. Fliegerresistenz plus Prozent. Oh, sie ist ein Flieger. Das ist aber schön. Dann haben wir hier Luin. Das ist die Waffe von Ingrid. Aus Free Houses. Ist effektiv gegen Drachen. Da sollten wir gleich ein bisschen aufpassen. Erhöht Schaden je nach Geschwindigkeit des Trägers. Der Pfützer. Und dann haben wir hier noch... Einfrieren. Das finde ich nicht so gut. Das hier ist eine Ballista, ne? Ja, eine Magie-Ballista. Dann haben wir hier Rosarado mit einer Meisterabgut. Das ist aber eine Palette, die droppen würde. Würde mich freuen. Ist aber ein kurzes Kapitel, also wird danach sicherlich noch was kommen. Sollte können wir hier... Ach, hier geht's noch weiter. Dann gehe ich hier Morion. Du bist ein Held mit einem Zeichen. Er ist anfällig gegen Waffen, die effektiv gegen Verzerrter sind. Machst du ihn? Er ist ein Verzerrter. Und du hast Lin dabei. Können wir mal gucken. Lin hat... Gibt das Blühen Meisterbogen und das Manikati. Ist effektiv gegen Kavallerie und gepanzerte Einheiten. Und sie sieht da, und sie hat... Vehemenz initiiert die Einheit einen Kampf mit einem Geschwindigvorteil von mindestens sieben. Erfolgt ihr Folgeangriff, sofern möglich, bevor der Gegner kontern kann. Das ist sowas wie Verzweiflung oder Desperation aus Fire Emblem Heroes. So ähnlich. Das ist auch fast das gleiche Icon. Dann haben wir hier Doppelgänger-Rub. Sie kreiert vier Doppelgänger-Illusionen, die mit der Einheit Koop-Schläge ausführen können. Oh wow. Und dann hat sie Astra-Sturm. Erlaubt fünf Angriffe mit dem Bogen und mit Schaden von plus 20% und innerhalb einer Reichweite von bis zu zehn Feldern. Ki-Adapt bricht das Ziel. Ja, das ist wohl nicht schlecht. Ach ja, ich wollte hier in den Nacken noch für die Tool mitnehmen. So, let's go. Ja. Vater, es ist mir. Es ist dein Sohn. Ist es nicht so, wie wir ihn wieder ändern können? Es ist nicht so, wie wir tun können. Der König, du kennst, ist weg. Nein. Wir müssen das Endeffekten. Was hast du gesagt, Bruder? Du denkst, Vater, dass das so sein würde? Als das Abommerung, kämpft für Hyacinth? Wir müssen ihn sterben, als der stolz, nobleman er war. Als der König von Brodea. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Wir müssen. Wir werden King Mori und Sol freien. Und holen Sie, Hyacinth. Finde ich gut, let's go. Magische Artillerie steht eine mit einem Buch ausgerüstete Einheit auf einem Feld. Mit magischer Artillerie wird der Befehl abfeuern anwählbar. Magische Artillerie feuert mächtige Angriffe über große Distanzen. Ebenso wie Ballista kann auch magische Artillerie nur begrenzt auf Eingriffen werden. Plane Ihren Einheit also mit Bedacht. So, theoretisch könnten wir da halt einfach hoch, aber wir stehen ja in der Reichweite von so ziemlich jedem. Wir haben keinen zweiten Schritt. So, als wenn wir den Ring von Sigurd hätten, könnten wir da jetzt einfach in sie hoch. So, als wenn wir den Ring von Sigurd hätten, könnten wir da jetzt auch noch ein paar gefährliche Eckste an der Backen. Hier bin ich. Was ist unser Geist? Oh, die können ja auch ganz hinfliegen. Oh, wow. Wir müssen uns halt wirklich in die Höhen stellen. Wir spielen das sauber. Wir sauber und vorsichtig spielen wir das jetzt runter. Hier sieht jetzt ein bisschen leichter, wenn beim Goldmarie eine Infantrieeinheit ist. Ich habe hier ein bisschen mehr Platz. Let's hear it. Anytime. Let's go. So, wie viel Resistenz haben wir? Wir haben 13 Resistenz. Was hat er für einen Angriff? 15. Easy. Go ahead. Dann stellen wir uns. So hin. Wenn wir das hier oben auflösen können, können wir dann gleich hochfliegen. Und uns juckt das jetzt nicht so. Natürlich trifft er bei 40. Ich finde, man könnte ruhig deutlicher anzeigen, dass das gepanserte Ritter sind. So halt, ich finde, die sehen halt so, wenn man nicht unbedingt den Cursor drauf hat, sehen die so ein bisschen aus, als wären das normale Infantrieeinheiten. Angriff! Wie langsam die halt auch immer auffallen. Stärke? Verteidigung. Nämlich. Wenn man bedenkt, dass das jetzt nicht so ihre Original-Empfassung ist. Wir können sie hier hinstellen. Lappes hält eine Menge aus. Für 23 Verteidigungen sollten sie sich hier auslachen. Sieht ja auch nur ein Steilfinger. Mag, da gibt sie zwar Bruch, aber das muss noch die Weg zu uns versorgen. Was ist da oben? Ich würde die Bühne wahrscheinlich eher zu den Kuhn gehen. Na, da brauchen wir noch ein bisschen hin. Können wir uns um Goldmarie kümmern? Wir können den hier machen. Lass mir deine Kraft! Dann hätten wir eine von den Bandschen mal raus. Ich muss jetzt aufwärtsen. Ich muss jetzt aufwärtsen. Bitte, sterben. Meine Wohlen sind mit mir. So, dann hätten wir die nämlich schon mal weg. Okay, sie ist ja gefährlich. Kannst du sie besiegen? Schaut raus. Weil sie könnte den brechen. Stell dich mal. Schade, du kannst dich nicht hier hinstellen. Es reicht nicht. Ah gut, aber du kannst dich da so hinstellen. Dann kannst du den hier angreifen. Einfach mal unboxen. So, Yonata kann den vorsprechen. Sie macht 10. Okay. Wenn sie angreift, hat der mehr als 10? Gut, das geht auch auf. Perfekt. Sie muss sich dann aber hier hinstellen, weil hier steht ja gleich John. Der kann halt nur von hier angreifen. Ja, also wenn du dich von dem kleinen Jungen unboxen lässt, würde ich mir mal Gedanken machen. So, dann haben wir die Seite noch. Auf der Seite könnten wir es tatsächlich ein bisschen schwierig haben. So. Vierfachtreffer hat ja immer noch den Bruch, hat erstmal den Bruch und auf der anderen Seite den Bogenangriff am Ende drin. Er tragt ja mit allem einmal an. Wie darfst du Hortensia machen? Wieso kann er sich auf Papier entstellen? Wieso kann er sich auf Papier entstellen? Du hast der Wind natürlich, wa? Reicht aber nicht ganz. Lassen wir das an Anna machen. Das ist sicherer. Das ist sicherer. Die Bündnis brauchen wir nicht. Den kleffern wir auch so weg. Ist das dein glücklicher Tag? Mach das! Sag ich doch. Ja. Ja. So, Chloe ist hier in Angriffsreichweite von dem da. Aber wir können trotzdem mal Glanz-Fähigkeiten nutzen. Er steht hier ja safe. Ich muss ihn finden. Ich muss ihn finden. So, jetzt sind wir gleich alle voll und er kriegt ein Level-Up. Überhin Magie und Resistenz. Und Blablab. Messerfähigkeit. Fertigkeit im Umgang mit Messern hilft für alle. Aufstieg in bestimmte Klassen benötigt. Ich glaube, die halten wir schon mal bei irgendwem, ne? Wir müssen ihn mal in der Klasse stecken, dass er ein bisschen mehr Speed kriegt, ne? Der ist arg langsam. Wessen Reichweite ist das hier? Nur die hier, ne? Von dem, ähm, Schwertkäger sieht. Ja, das reicht leider nicht. Und wir haben keine Fans noch. Aber wir können zumindest eine mitgeben. Oh, schon noch mal so ne. Mal gucken, ob Chloe das überhaupt überlebt. So, halt. Ich kann gleich von drei Leuten angegriffen sein. Aber wir legen die Fackel ab. Das macht mehr sehen. So, halt. Der hier. Der hier. Und die hier. Und die hier. Die steht hier drin. Die Reichweite haben wir markiert. Nehmen wir hier die Abwehrhaltung. Und dann einmal Protektion, bitte. So, dann ist Chloe zumindest für einen Angriff sicher. Wieso können wir auf der Seite auch weitergehen? Krass. Der geht's gut. Keine Sorge. Der geht's gut. Keine Sorge. Danke. So, dann machen wir mal kurz wie Erfolg. Danke. Was ist denn hier denn gleich? Achtel auf den Magierfritz. Hier kann sich einer reinstellen. Vielleicht geht der ja auf sie. Na, 10 Resistenz ist auch nicht gerade wenig. Nach den Nachholst geht er. Ja gut. Das hat die Protektion abgekommen. Hat sein, ihren Job abfüllt die Protektion. Die scheint hier stehen zu bleiben tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Lapis das überlebt. Sie kann ja halt die gesamte Fläche hier angreifen. Wenn sie hier steht, um den anzugreifen, kann Hortensia angreifen. Aber wir könnten hier an der Seite anfangen zu Sherry kippen. Was können wir machen? Hm, das ist aber nicht klein. Schade. Können wir auch ein bisschen weiter fahren. Ich meine, wir können halt auch einfach die Balliste aussetzen. So ist es ja nicht. Das sind sieben Runden. Also von daher, das ist jetzt auch nicht das Problem. Hast du ein Heimat dabei? Ja, das ist Legestäbe dabei. Du hast ein Heimat dabei. So halt, mit Protektion können wir das halt easy aussetzen. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Da hätte ich dir gedacht, dass sie sich bewegen. Naja, ohne Waffe lässt es ja auch leichter ausweichen. Was? Was? Er trifft bei 25. Alter, das ist doch nicht wahr. Naja. Naja, aber gut. Dafür bei 53 ausweichen. Hi. Den machen wir mal gleich weg. Auf der anderen Seite auch. War nicht zu übersehen. War nicht zu übersehen. Ja. Der hat ihre Waffe wieder geschnitten. Ich werde nicht vergessen, dass du verloren hast. Oh, wow. Stärke. Oh, okay. Komm her, geh her! Nein! Mal gucken, ob das bei Anna jetzt reicht. Oh, Axtfertigkeitssession. Leaf gibt halt ganz schön viele Fähigkeiten. Da gibt es fast alle Fähigkeiten, was so Waffen angeht. Full in a day's work. Jetzt kann man uns um die Stelle hier kümmern. Ich kann irgendwie den hier unboxen. So. So, der Pegasi wird noch ein Problem. Oder eigentlich wird hier mehr der Ritter ein Problem, weil wir keinen Magier hier auf der Seite haben. Oh, hm. Nein. Das ist die Frage. Ich bin glaube, ich darf nicht besser nicht mehr werden. Es ist der Pferd. Das ist der Punkt der Pferd. I have to keep everyone safe. Ne. Wie noch ordentlich. So, wir gründen Potenzia bestimmt mit einem Sternblitz an. Wir sind ja gar nicht bereit dafür. Never mind. Das dauert noch ein bisschen. Na ja, mach halt den Level auf. Oh, schön. So, schafft sie das? Na ja, gut, sie hat auch Pumst, ne? So, das hätten wir. Ich stelle das mal hier hin. Weil da sind wir immer noch Unstabreichweite, ne? Unstabreichweite ist ab hier. Na ja, dann bleiben wir eben stehen und hoffen, dass wir ausweichen. Gut, wie du willst es? Das ist nicht so gut. Na gut, der geht gut aufs Laugh. Aber das da hinten ist halt die schwächere Gruppe. Die haben auf der Seite wesentlich weniger Emblem-Brinne. Da machen wir erst mal mit denen hier. Wischen wir jetzt mal mit denen den Boden auf. Ist ja Ruhe. So, aber eine Ballist da weniger, um die wir uns kümmern müssen. Der Wind macht halt echt wenig auf Spiel. Ich bin ziemlich schwer, du weißt. Das würde alle tatsächlich überleben. Wir brauchen unsere Kündnisleiste wieder. Weißt du, ich will es vielleicht. Ja, stellen wir uns trotzdem drauf. Mach mal, mach mal. Woher zu? Wir brauchen hier. Hey, danke. Ich bin bereit. Emblem, engagiert. Rennen wir da mal kurz drüber zum Helfen. Warum ist der Rittertod eigentlich nicht effektiv auf fliegende Einheiten? Also auf Pegas, ich glaube, das ist überlebt. Die hat auch nur mit 2 HP. Oh, das ist ein Wachsinn. Tja, den Kraftimpuls hätten wir eben gerade gebraucht. Tja, wenn sie nochmal angreifen würde, würden wir es schaffen. Das reicht nicht. Gut, dass sie nicht kontern können, obwohl sie ja technisch gesehen noch am Leben ist. Das ist leider wieder nicht aufgefüllt. Also technisch gesehen dürfte es jede Einheit überleben, die in der Range drin ist. Oh, klar, das ist auch schon auf der 14. Oh, Stärke. Schweigebahn. Verleiht Immunität gegenüber Schweigen. Oh, schön. Das Ding ist, wir können sie halt nicht hier zusperren. Sondern wenn wir halt hier und hier eine Einheit bestellen, kann sie immer noch hier wegfliegen. Stand down or perish. Das Ding ist, wir können sie auch ganz knapp. Tja, überreiten können wir leider nicht nochmal. Das hat beim letzten Mal ziemlich Free Damage gegeben. Und dann greifen wir so einmal an. Anna übersteht das natürlich gut. Hat genau gereicht. Oh, wow, sie hat Magie dazu gekriegt. Hm, Sam will ich keine EP geben. Der ist schon zu hoch. Da muss ich mal kurz von der Seite bewerfen. Aber wie gesagt, ich glaube so am Hardboard und so sind diese Kämpfe gegen andere Amblings richtig hart. Weil da hätten wir jetzt auf jeden Fall einen Bogenschütz mitnehmen müssen. Na, wir haben den Eingrenzschappen gekriegt. Den behalten wir doch. So, dann leite ich immer auf. Keine Sorge, ihr geht's gut. Wir heilen sie ja gleich. Sie ist hier in keiner Reichweite drin. Na, das hätten wir ja nicht machen müssen. Der Naka macht jetzt ja eh erstmal die Stühle auf. Eintrag geschüttt. Ich wünschte, man könnte die auch wieder auflösen. Wie wünschst du? Das ist irgendwie cool, wenn sie so zusammenzieht, dass jeder so eine Kugel ist. Das ist irgendwie witzig. Ich will nicht geben. Ist es Zeitpunkt? Na, feine, du kannst es nicht gleich selber geben. Ich würde das mit Claire noch haben, der hier bei einem Hallen ein bisschen helfen kann, wenn wir hier Ewigkeiten sitzen. So, das hätten wir eingesammelt. Ich würde jetzt mal anfangen. Oh, schön, die Tür geht sogar ein bisschen kaputt. Sonst haben wir uns hier erstmal ein bisschen... Müssen wir gleich noch die Truhe aufmachen. Ein Elton-Licht. Das können wir aber, glaub ich, erstmal ablegen. So, das machst du hier, Anna. Glenn hat ganz schön wenig KP, ne? Der hat nur 23 KP. Das ist voll wenig. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kurze Pause. Sehen Sie uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir sind auch hier mit dabei. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und tschaui. Bis zum nächsten Mal.